Ennio Balbo war ein italienischer Schauspieler, Leben. Balbo studierte nach einiger Zeit, in der er als Anwalt in Caesata gearbeitet hatte, an der Scharoff Akademie in Rom Schauspiel und war nach dem Zweiten Weltkrieg Mitglied des Assembles um Paola Borboni. Mit Scharoff arbeitete er 1959 bei der ambitionierten Inszenierung von Die lustigen Weiber von Winzer wieder zusammen. Er blieb bis 1958 neben seiner Frau Dora Kalindri ausschließlich auf der Bühne zu sehen. Erst mit nahezu 40 Jahren begann seine Karriere für das Fernsehen und für den Film. Daneben war er ein viel beschäftigter Synchronsprecher. Auf dem Bildschirm war er in klassischen Stücken und Originalstoffen ebenso zu sehen wie in Fernsehserien, darunter Episoden von Lynchiste del Commissario Megre Sheridan und mehr Teilern. Sein größter persönlicher Erfolg war 1961-1962, die Verkörperung des Generalanklägers in Il Preceso Karamazov, das Ottavio Spadaro inszenierte. Beim Film wurde der fast immer glatzköpfige Balbo in sein Genre rollen während der Blütezeit des italienischen Kinos meist als Bankdirektor, wohlhabender Bürger oder zwielichtiger Geschäftsmann besetzt. Filmografie, 1967 Stinkende Dollar, 1967 Der Tod ritt dienstags, 1968 Django spricht kein Vaterunser, 1968 Die Mafia Story, 1968 Der Tag der Eule, 1969 Ein Hauch von Zärtlichkeit, 1973 Der unerbittliche Vollstrecker, 1974 Warum musste Staatsanwalt Trini sterben, 1976 Abrechnung in San Francisco Abrechnung in San Francisco Erich von Zettlichkeit, damals hat woanders Dein Schrocken ein seul dipfeder zu dem